Hallo und herzlich willkommen zu Dead Space 3 Folge Nummer 21. Ja, wir haben endlich wieder unseren Helm. Wieder ein Anzug, der funktioniert. Haben uns ja eben gerade noch besorgt. Wir sind durch die Pumpstation soweit durch. Wir sollen jetzt ein Vorratslager nach Alley Ausschau halten. Hier waren wir auch schon soweit überall. Das heißt, wir sind jetzt quasi eigentlich nur zurück. Gucken wir mal irgendwo, wo das Vorratslager ist. Bin ich ja jetzt mal gespannt, ob unser arktischer Anzug auch wirklich was brennt. Was ist der? Mistdinger. Aha. Arschloch. Cool, das scheint sogar was zu bringen. Mit deinem Anzug. Sauber. Das ist natürlich nice. Jetzt können wir uns hier relativ frei bewegen. Da müssten wir langen. Okay, dann tun wir das einfach mal. Was soll das denn auf einmal? Rein hier! Es klickert da so. Hast du das auch gehört? Was ist das? Oh, das ist noch ein Tesla-Klan. Lieb von dir. Dass du mich reinlässt. Äh, durchlässt. Grrrr. Scheiße. Nichts mit Rennen hier. Durchstapfen und man sieht nichts an der Pampa. Ach du Scheiße. Schau. Eieieieiei. Eieieiei. Wir müssen aber weiter in die Richtung, hier. Eieieiei. 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 Eieiei. Hört ihr das? Kann gar nicht... Ausmachen von wo das kommt Bro Ist das gemein Halt mal Das Geräusche Mistmade Sauerei Brückende Stimmung hier Ach Der Wind wird weniger Aber Zu schnell verarschst du mich nicht Zumindest nicht betrieben bleiben Okay Jetzt ein bisschen Nachschub Schöne Sache Aber Nachher mit dem Staff Das war alles, das war alles Super Hier Jetzt auch noch mal hoch Da müssen wir auch gelangen Hier aber noch mal alles abchecken Hm Hm Ha Nicht beide zertrampelt Das sieht schon geil aus Also die Engine ist echt Nice Also zumindest Nice umgesetzt Das Das muss man hier ja wirklich lassen Eieiei Okay Kann sie vielleicht noch was Ja Unfair Bloß raus hier aus dem So Ne oder Schon wieder Nein 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 Ach Mich schon wieder irgendwo runterfallen Das muss nicht sein Wo dann wird's lang Ah wer nicht wagt wer nicht gewinnt Ok jetzt ist nichts mehr Weg hier Wird schon wieder Hält Nee oder Nee oder Äääähääää Äääääähäähää ä daheärääää outlets Twitter Stop hide Halt 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 Oh уб Zu lange Du wartet Ja Das es auch immer ein bisschen blöd Man weiß nie wirklich Ob man halten muss Oder Oder Schnell dönen Ja, also hier ist es halt genug Ja, 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 schnell, 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 schnell Alter, schnell, schnell, schnell Boah, das Ding hier runterknallt Oh, Boah Oh, schnell, schnell, schnell Schnell, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf Auf weiter, 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 weiter Tschüss Er ist weg Glück gehabt Puh Oh Nice. Das ist also die Forschungseinrichtung hier. Haben wir da nicht eben rausgelobt? Kann sein. Ich glaube, das war auch das komische Knarren, was wir eben zwischendurch gehört hatten. Gehen wir noch weiter in die Richtung. Jetzt wird es dunkel. Ist nicht schön. Ich gehe von einer schlimmen Ecke in die nächste. Okay. Ich weiß nicht, dass irgendwie sowas noch passieren muss. Ja, ja, ist okay. Ruhig dich, Musik, bitte. Danke. Puh. Hand mit dem Shit. Ja, genau. So konnte man dann zuhauen. Alles klar. Ja. Ich habe mich auch, ey. Ach, was habe ich jetzt gefunden? Ja. Ah, mal ein bisschen mehr auf den Sound achten. Was haben wir denn da eigentlich noch mal jetzt genau als zweitwaffe? Na, Kampf, genau. Dann werden wir die mal jetzt. Oh, das sieht geil aus. Fette Sache. Nice. Nice. Yes. Tja, und wieder mal eine kleine Unterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Mal wieder eine kleine Unterbrechung hier. Heute wollen sie mich aber auch. Irgendwie andauernd hier in der Session gestört. Naja. So, was müssen wir denn jetzt hier überhaupt genau tun? Ist das das Versorgungsnader oder wie? Interessant. Okay. Mach auf für den Scheiß. Ja. Keine Ahnung, wie ich da hoch soll. Alli! Bist du da? Isaac! Oh mein Gott! Erlebt! Wie schön! Alli! Es tut so gut, deine Stimme zu hören. Wie hast du's geschafft? Das Schiff! Wir hielten dich für tot! Ich bin eurer Leuchtfackelspur gefolgt. Geht's euch allen gut? Ich habe Kawa gesehen. Ja, uns geht's gut. Kawa ist in der Nähe. Wir hören ihn. Isaac, beeil dich bitte und komm hierher. Wir sind in der Kommandozentrale. Ich komme so schnell, ich kann. Alles klar. Das werden wir dann auch gleich tun. Schnell nochmal unseren Superprobs loslassen. Und nochmal schnell in den Fahrstuhl. Alli ist da. Oh, beide sind da. Perfekt. So, darf ich den jetzt nicht... Jetzt. So. So. Jetzt aber ganz schnell hoch da. Brauchen Hilfe. Hör. Hah? So. Schnell. So. 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 Oh, f**k. Okay. Ja, klar. Die Koffer ist zumindest schlitten, ey. Ja. Halt. Ich könnte mich dann schlitten. Woah, schlitten wir ab. Ah, okay. Das hat die Koffer nicht im Tarker, oder? Au. Alter. Schnell da, mach. Alter, das tut weh. Alter Schwede. Okay, irgendwas haben wir da gefunden. Irgendwas wichtiges. Bissnade. Mach mal. Ja. Ja. Guck mal schon. So, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Einmal das ganze hier nochmal so. Hört ab. Oh. So ein Mistding, ey. Hat er sich verpisst. Boah. Alter Schwede. Aber er hat mir immer einen Weg geebnet. Okay. Was sieht überhaupt das Inventar aus? Uh. Das sieht nicht gut aus. Na gut, wir hätten jetzt auch nochmal unten schnell zur Bank gekonnt. Aber egal, das stecken wir uns jetzt. Okay, hier war das. Was? Was liegt denn da? Was ist das? Ah, da hat eine Ersatzteilebox. Da sind glaube ich mehrere Ressourcen drin, wenn ich nicht irre. Oh. Oh. Puh. Lass mich fallen. Oh. Oh, dieses... Große Mistding eben, ne? Also... Ekelhaft. Was war das? Eingerastet oder so? Mach uff. Mach uff, mach uff. Das sieht schon flaschig aus hier mit dem Lichtanfang. Und da liegt nochmal ein Standardraum. Das braucht man doch gar nicht. Okay, da kann man auch nochmal hoch. Machen wir mal lukiluki da oben. Da liegt doch noch was. Impulsgewehr. Okay. Bauanleitung. Was ist das? Textlock. So. So, komm. Textlock. Wo haben wir ihn? Wird wohl hier sein? Auch nicht. Ah. 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 Komisch. Ah ja. Ist auch nicht so wild. Oh. Und da hat sich noch eins von diesen komischen Dingern auch gekrochen. So. Puh, puh, puh. Ah, der Schock sitzt immer noch tief an diesen großen Viechern. Die sind schon echt übel gewesen. Okay, also hier geht's weiter. Runter. Wird immer runter. Bin ich ja mal gespannt. Runter. Oder? Ja. Warum immer runter. Eieieieiei. Jetzt weiter. Da. Da. Scheint. Ah, hier wir sind. Okay, erstmal hier gucken. Da ist nichts. Ich glaube, was viel ist dahinter. Können wir da rein? Oder kurz schließen? Zeig mal her, hier. Oh, wie ging denn das nochmal? Das war doch irgendwie so. Nein. Okay. Bin auch falsch. Da, da, da. Das ist der zweite. Da. Das ist der dritte. Da. So, zeig mal hier, hier. Eckstart. Die Werkstatt. Das ist doch immer fein. Trau der Ruhe aber nicht. Textloch. Na, wir hatten ja jetzt zwei. Muss doch aber hier gewesen sein. Ja, das ist hier. Das muss dann ja das hier gewesen sein. Einmal für euch, dass ihr euch das angucken könnt. Und dann auch nochmal den Schraubeer. Ja. Aber noch ein bisschen blabla. Das kann noch ein bisschen höher flogen. What the heck? What the heck? Das ist ja auch noch so. Oh, das ist ja auch noch so. Hau ab, einmal. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Geht weg. Ah. 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 Oh mein Gott. Boah. Die sind schon übel, die Viecher, ehrlich. Da hätte man vielleicht echt erstmal irgendwas reinwerfen müssen. fürs nächste mal wenn das jetzt in den Raum reinkommt beziehungsweise sie zu uns holt das wäre glaube ich die klügere Wahl gewesen jetzt da rein zu stürmen da liegt ja noch was hier aber nicht mehr das ist nur so ein Lichtschatten äh Lichtschatten zum Lichtstrahl ja mit dem Stuff so ich glaube jetzt haben wir hier auf jeden Fall soweit alles gesäubert oh ein bisschen was gab's ja hier sicher schon gelohnt oh Red Platine zwei Clip anschauen naja ich dachte jetzt kommen sie nochmal von hier ah ein Bildchen was war das woher was war das das würde sich so als wenn hier noch irgendwas wäre naja jedes mal wenn die Türen sich bewegen kriege ich einen leichten kleinen Schreck naja nichtsdestotrotz wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt ich hoffe ihr habt soweit Spaß gehabt und schaltet auf das nächste Mal wieder ein das heißt Netspace 3 auf bald auf bald dich was är war das wird sich ganz noch da